Als Biker wollen wir vor allem eins, Kurven fahren, darum geht's. Oder wenn man das ein bisschen schöner formuliert, dann glaube ich, endet die Suche nach schönen, interessanten, leimenden, spaßigen Strecken ein Leben lang nicht. Und genau da soll aber Kalimoto dann ein bisschen uns Bikern unter die Arme greifen. Servus Hans, ich bin heute hier mit Hans von Kalimoto und wir sprechen über die Kalimoto App, was sie alles kann, wie sie funktioniert und auch, was in Zukunft noch kommen soll. Wird also spannend, bleibt dran. Servus Hans, grüß dich, schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ein Thema, eins der wenigen Themen im doch sehr fragmentierten und auch teilweise polarisierten Motorradbereich, was dann aber doch auf alle Segmente angewendet werden kann. Weil schöne Straßen, schöne Strecken zum Fahren will ja wirklich jeder haben. Und dementsprechend, glaube ich, für viele von euch da draußen eine interessante Sache. Schreibt es vielleicht gleich in die Kommentare, vielleicht wer von euch nutzt denn schon Kalimoto. Auch wenn ihr übrigens Fragen habt, die wir jetzt dann vielleicht nicht im Video ansprechen, also wartet jetzt vielleicht noch bis zum Ende. Wenn ihr dann aber noch Fragen habt, dann schreibt es unten drunter und dann werden wir noch drunter schauen und euch vielleicht ein bisschen was Aufklärungsarbeit leisten. Kommen wir jetzt aber vielleicht einmal zum Beginn, nämlich du bist ja nicht nur irgendwer von Kalimoto, du bist einer der Gründerväter sozusagen von Anfang an mit dabei. Ihr habt euren Sitz in Potsdam und da musste ich dann schon schmunzeln jetzt in der Vorbereitung, weil euer Motto ist ja No More Straight Roads. Keine geraden Straßen mehr. Jetzt seid ihr aber mitten in der Brandenburger Ebene, wo es ja quasi, zumindest denke ich mir, dass es als Österreicher nur gerade Straßen gibt. Also war das vielleicht dann dieser Ansporn, doch sich elektronische Hilfe zu schaffen auf dieser Suche nach den kurvigen Strecken. Also warum wurde Kalimoto entwickelt? Also vielleicht nochmal, ja wir sitzen in Brandenburg, aber das hat den riesen Vorteil, wir sind nicht abgelehnt. Wir können den ganzen Tag an der App arbeiten und haben nicht wie ihr die Versuchung rauszufahren mit dem Motorrad und lieber den Nachmittag noch auf dem Bike zu verbringen, weil bei uns, naja, mit der geraden Straße hat man nicht die Versuchung. Deswegen ist ein bisschen Selbstschutz, aber ja, bei uns ist es mit dem flachen Land und den ganzen Alleen leider nicht so kurvig wie hier bei euch im schönen Österreich. Aber das war auch so ein bisschen die Motivation. Also wir haben Kalimoto 2016 gegründet und aus dem Antrieb heraus, wie finde ich denn eigentlich eine geile Strecke in der Umgebung, wo ich mich vielleicht auch nicht auskenne. Und gerade mein Mitgründer Sebastian, der hat in seiner Masterarbeit für seinen Studiengang den ersten Prototypen gebaut. Das bedeutet, er hat sich mit der Aufgabe auseinandergesetzt, ist es eigentlich möglich, eine Routenberechnung nicht wie Google Maps auf dem schnellsten oder kürzesten Weg zu machen, sondern ist es eigentlich möglich, den schönsten Weg zu finden. Und das war die Ausgangssituation. Mit diesem Prototypen haben wir angefangen, haben uns 2015 kennengelernt und haben gesagt, hey, das wollen wir als Firma aufbauen, da wollen wir ein richtiges Produkt draus schaffen und das nicht nur als Prototyp für eine wissenschaftliche Arbeit belassen. Und bis heute hat sich dann Kalimoto mit jetzt mittlerweile über drei Millionen Usern entwickelt. Drei Millionen, das ist echt schon keine schlechte Hausnummer. Und hoffentlich werden es ja auch noch viele mehr. Auch wir nutzen jetzt schon seit einiger Zeit auch Kalimoto, weil es einfach ein sehr praktisches Tool ist, um Strecken zu tracken oder auch schnelle Ausfahrten, eben schöne Ausfahrten zu planen. Aber vielleicht erklären wir mal für die Leute, die mit Kalimoto noch gar keine Berührungspunkte hatten, was sind denn so die Hauptfeatures von Kalimoto? Was ist das primäre Hauptziel vielleicht? Genau. Also das Hauptziel ist es eigentlich, dass dir die Suche nach einer schönen Strecke abgenommen wird. Das bedeutet, du hast zwei Stunden am Sonntag Zeit und möchtest eigentlich eine schöne Runde fahren und pünktlich wieder zu Hause sein. Dann öffnest du Kalimoto, lässt dir eine Rundtour berechnen und kannst dir sicher sein, du fährst eine geile Strecke. Du musst nicht recherchieren, mit Leuten reden und einen Foren suchen, wie es früher üblich war oder irgendwelche Karten noch durchgehen und schauen, wo ist denn eine kurvige Strecke. Sondern das macht alles unser Algorithmus. Das bedeutet, wir wollen dir die Planung abnehmen oder dir die Planung so weit erleichtern, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was Spaß macht. Und das ist das Kurvenfahren und das ist das Motorradfahren. Dass du möglichst viel Zeit auf dem Motorrad verbringen kannst. Das ist eigentlich unser Anspruch, weswegen die Vision so dahinter ist, no more straight roads oder jede Tour ist ein Erlebnis. Das kann man eigentlich auch sehr gut zusammenfassen. Ja, das ist sehr interessant. Ich werde jetzt einmal mein Handy in die Hand nehmen. Heute sogar beruflich darf ich am Handy rumdrucken in der Arbeitszeit. Und bevor ich hier starte, wäre es wahrscheinlich nützlich, dass ich den hier zuerst mal Standort, weil das Leibniz, um das zu veranschaulichen, wie einfach ihr das Tourenplanen machen wollt, das hat mich nicht von Anfang an begeistert, das mit diesem Himmelsrichtungsding. Weil ich bin wirklich furchtbar schlecht in Geografie und ich habe den Orientierungssinn eines geköpften Huhns. Also ich merke mir einfach gar nichts. Und ich bin teilweise Strecken schon fünfmal gefahren, ich weiß noch immer nicht, wo ich bin. Und vor allem so in Himmelsrichtungen, ich kenne mich einfach nicht aus. Und das fand ich richtig cool, dass wir hier einfach zum Beispiel, wir haben ein neues Layout, worüber wir auch noch reden. Und das ist jetzt, weil ich hauptsächlich noch mich mit einem alten Layout beschäftige. Vielleicht kannst du mir gleich helfen. Wie komme ich zu der Rundenschicht? Genau, du hast jetzt quasi die Planung über die Suche geöffnet. Dann musst du einmal kurz die Tour verwerfen. Ah, war ich falsch. Neue Rundtour. Neue Rundtour, jawohl. Dann hast du das normale Menü, du wählst dir aus, wie lang soll die Tour sein? Manchmal möchtest du nur 100 Kilometer, manchmal möchtest du nur Tagestour fahren. Und dann kannst du in der Mitte auch noch auswählen, über welche Himmelsrichtung du fahren möchtest. Wir sind jetzt in Wiener Neustadt. Man kennt das da, Kalte Kuchel ist der Bikertreff in Ostösterreich. Das ist für uns so westlich bis südwestlich, würde ich schätzen. Also mal nach Südwesten, schauen wir mal, ob es uns zur kalten Kuchel führt. Superkurvig berechnen und schon ist die Sache erledigt. Jetzt dauert es kurz und bam, schon haben wir eine mächtige Tour. Genau, du kannst das kurz runterziehen, damit du mehr von der Karte siehst. Und jetzt haben wir dir eine Rundtour berechnet. Und das Schöne ist, du siehst sogar gleich Eindrücke, die auf der Tour auf dich warten anhand der Bilder. Du kannst also sehen, welche Landschaften sehe ich da, welche Verhältnisse, also welche Ausblicke habe ich. Wo lohnt es sich vielleicht auch für ein Foto mal anzuhalten? Und diese Fotos sind alle von echten Kalimoto-Nutzern, die sie hochgeladen haben, damit andere Nutzer davon profitieren können. Das ist wirklich gut, finde ich, wenn man dann doch einmal, das ist, weil sonst, früher habe ich es immer so gemacht, aufwendig eben über Google Maps geplant mit 10.000 Zwischenpunkten, weil eben Google Maps eigentlich sonst immer die kürzeste Strecke haben möchte. Und dann Google Street, wie rundherum gescrollt, bis ich gesehen habe, ist die Straße gut, ist sie nicht gut. Das macht das hier deutlich leimender. Und ihr habt ja auch noch diesen Score, der auch nochmal quasi ein bisschen zum Schätzen liefert, eine Zahl, um einzuschätzen zu können, wie schön ist das. Genau, das Kalimeter sozusagen. Und ich sehe gerade 101, das ist ein abstrus hoher Kalimeterwert für uns in Brandenburg. Wir kommen vielleicht auf 25 bis 30, nur so zum Verhältnis. Und da hat man, glaube ich, jede Kurve drin, die es bei uns gibt. Also ein 100er Kalimeterwert, das ist ein Top-Wert. Das heißt, das verspricht super viel Spaß, super viele Kurven und eine tolle Tour. Ja, super viele Kurven, tolle Tour. Darum geht es ja, glaube ich, auch. Kommen wir vielleicht jetzt noch zu dem im Hintergrund, was sich da abspielt. Ich meine, es ist jetzt relativ einfach für uns, aber ich schätze einmal eben dieses, auch was ja das Ziel des ersten Projektarbeids auch war, dieses dem Computer vermitteln oder eine Berechnungsmethode entwickeln, die dann eben eine schöne Tour zusammenstellt. Das ist ja wahrscheinlich was ziemlich Kompliziertes. Wie funktionieren das? Wie werden diese schönen Kurven gefunden? Na, ich fahre jede Strecke einzeln ab. Also ich setze mich aufs Motorrad und fahre immer alle Strecken ab und bewerte die von 1 bis 10. Wäre schön, wenn ich das könnte. Und gerade hier bei euch hätte ich da auch richtig Lust drauf. Aber das ist genau ja das, was früher passiert ist. Früher wurde, also wo ist jemand die Strecke langgefahren, man hat ein Tourenberecht in irgendeinem Motorrad gelesen oder in einem anderen Magazin und hatte dann einen Eindruck davon, was mich da erwartet. Und wir haben versucht, das Ganze zu automatisieren. Wir haben gesagt, es muss doch möglich sein, dass das anhand der Geodaten geht, die man hat. Und deswegen berechnen wir das über einen Algorithmus anhand dieser Geodaten. Also wir nutzen die Straßendaten. Das bedeutet, wir wissen, welche Straßenoberfläche dort vorherrscht. Wir hoffen immer, dass die Daten richtig sind. Aber wir können zum Beispiel sagen, ist das eine asphaltierte oder eine Kopfsteinpflasterstraße. Wir können die Kurvigkeit messen. Wir haben auch die Information, ist es in einer Stadt, ist es durch eine kleine Ortschaft oder eine Landstraße, ist es eine Autobahn. Also all diese Informationen fließen mit ein, um dann eine Bewertung vorzunehmen. Also der Algorithmus bewertet jede einzelne Straße weltweit, wie schön ist sie für Motorradfahrer. Und wenn ich eine Route von A nach B plane, wird quasi jeder mögliche Weg dazwischen gewichtet, wie schön ist es. Und er nimmt immer die jeweils schönste Straße, um auch an sein Ziel zu kommen. Und damit gehen wir sicher, dass du, wenn du eine Tour planst, innerhalb von wenigen Sekunden die schönste Strecke findest und nicht dich selber damit befassen musst und diese Bewertung selber vornehmen musst. Ziemlich ausgefuchstes System eigentlich. Und es funktioniert ja auch wirklich gut. Was auch noch interessant ist, eben, es verändert sich ja noch. Es ist ja nicht jetzt fix fertig und passt, gehen wir nach Hause oder lassen wir es gut sein. Sondern jetzt eben für mich, wie man gerade gesagt hat, eine kleine Umstellung auch. Ihr habt ein neues Layout. Das ist auch ein bisschen so der Anlass, warum wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen. Weil es doch auch natürlich jetzt viele Leute, drei Millionen Nutzer haben wir schon erwähnt, nutzen Kalimoto. Waren gewöhnt vielleicht noch an dieses ältere Layout. Und du weißt immer, wie das mit so großen Veränderungen ist. Gibt es dann Verwirrung und vielleicht auch ein bisschen Aufregung. Und da haben wir uns gedacht, wir schauen uns das neue Layout an und ihr erklärt auch, was eure Vision dahinter ist. Ich schnappe mir mal hier schnell das Handy, damit wir auch das neue Layout herzeigen können. Ich verwerfe jetzt einmal diese schöne Tour. Die muss ich dann später vielleicht nochmal nachfahren. So, wir haben jetzt ja, glaube ich, der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, dass das Ganze ein bisschen weniger Unterkategorien hat. Wir haben jetzt nur noch drei Menüs. Einmal alles, was tourenrelevant ist, einmal die Karte und einmal das Profil. Warum habt ihr denn ein neues Layout etabliert? Fangen wir so an. Genau. Also wir haben nicht nur ein neues Layout etabliert, wir haben die App einmal komplett überarbeitet. Also das, was man als Nutzer vielleicht nicht mitbekommt, ist ja, im Hintergrund passiert ja sehr, sehr viel in so einer App. Das Backend, also die Anbindung der App an unsere Server, die wir betreiben, wo die Daten von den Nutzern zum Beispiel gespeichert sind, die muss aktualisiert werden. Die iOS- und Android-Systeme, die verändern sich. Also jedes Jahr kommt ja ein großes Update für iOS und für Android, wo neue Funktionen drin integriert werden und andere Funktionen, die wir vielleicht nutzen in unserer App, rausfallen. Das heißt, wir müssen die App immer an die aktuellen technischen Entwicklungen anpassen. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre immer nur so gemacht, dass es gerade so reicht und hatten aber zum Teil noch Code drin und eine technologische Basis, die auf der ersten App vor sechs Jahren basiert. Und das ist halt etwas, was irgendwann mal aktualisiert werden muss. Und diesen Anlass haben wir halt genommen und haben gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, werfen den alten Code raus, schreiben alles neu oder viele Dinge neu und bringen die App auf den aktuellen technischen Stand. Also nutzen auch die neuesten Funktionen zum Beispiel von iOS 15, die wir bisher nicht nutzen konnten, weil unsere alte Code-Basis dazu gar nicht in der Lage war. Und in diesem Zuge haben wir auch gesagt, dann überarbeiten wir auch das Planungskonzept dahin, dass es übersichtlicher wird, schneller und einfacher zu bedienen, die wichtigsten Funktionen leichter zugreifbar sind und der Nutzer ein noch besseres App-Erlebnis, eine noch bessere Bedienung erleben kann. Und die Hauptveränderung, die hast du gerade schon angesprochen, ist, wir haben das in klarere Bereiche untergliedert. Beginnen wir mit dem wichtigsten, das ist die Karte. Und jetzt sieht man, wir haben einmal die Motorradkarte, wo man weiterhin die schönen Strecken farblich sieht. Wir haben aber auch dieses kleine sogenannte Sheet unten. Das ist sozusagen dieser Bereich, den man hoch und runter ziehen kann, wo man gleichzeitig auch die Suche hat, die wichtigsten POI, Bikertreff, Sehenswürdigkeiten, Tankstellen und auch Favoriten. Das heißt, vorher waren die zum Teil in anderen Menüs versteckt und jetzt ist alles übersichtlich in einem Sheet. Und das Schöne ist, das ist auch eine Orientierung an den Standards, die zum Beispiel Apple Maps mittlerweile hat. Wenn ich iOS-Nutzer bin, bin ich ja vertraut, Google Maps oder Apple Maps zu benutzen. Und wir orientieren uns auch daran, wie die bestimmte Dinge umsetzen, weil dann hat man einen Gewohnheitseffekt, dann hat der Nutzer etwas, was er schon kennt. Und er sucht dann an der Stelle, wo er gewohnt ist, danach zu suchen. Und deswegen auch dieses sogenannte Sheet, also dieses aufziehbare Menü. Und jetzt kannst du ganz einfach, wenn du auf neue Tour gehst, kannst du sozusagen innerhalb dieses Menüs Adressen suchen über die Suche und kannst Via-Punkte so planen, wie du es möchtest oder weiterhin in der Karte planen, indem du einfach lange an die Stelle drückst, wo du einen Punkt setzen willst. Ah, okay, also man hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Beide Möglichkeiten, genau. Okay, ich kann das dann als Via-Punkt setzen und dann... Und du hast immer unten eine Übersicht über alle gesetzten Punkte und hast sozusagen oben die Karte, die dir zeigt, wie das Ganze aussieht. Und jetzt hast du immer die Möglichkeit, genau, schieb es runter, wenn du mehr Karte sehen willst, zieh es hoch, wenn du mehr Informationen brauchst. Du siehst dann zum Beispiel auch die Routenprofile, die du zwischen den einzelnen Punkten hast und kannst diese anpassen, um zum Beispiel die Anfahrt zu einer schönen Tour mal über die Autobahn machen zu können, um dann ab Punkt zwei zum Beispiel auf eine kurvige Strecke zu wechseln. Und genau das ist jetzt alles in einem Menüverein übersichtlicher und man muss nicht mehr zwischen mehreren Menübereichen wechseln, wie es früher der Fall war. Sehr interessant. Es ist ziemlich einfach, glaube ich. Wahrscheinlich, man muss sich nur kurz damit beschäftigen, damit man sich merkt, wo alles genau ist. Aber es ist übersichtlicher. Jetzt haben wir Karte, dann gibt es ja auch noch die Touren. Und vor allem da ist mir gleich auffallen, da gibt es ja fast schon sowas wie, ich will jetzt nicht sagen so ein Community-Feed, aber doch dann mit Internetverbindung, dass man sich dann wirklich auch externe Vorschläge von komplett fremden Leuten bekommt. Genau, also das war unser Ziel. Man hat oben das Wichtigste, die eigenen Touren. Da auch jetzt deutlicher unterteilt zwischen geplanten und gefahrenen Touren. Das war früher alles in einer Kategorie. Das haben wir jetzt getrennt. Und man kann sich diese auch filtern lassen. Oben rechts sieht man ja, wir haben Nutzer, die haben über 200, 300 gefahrene Touren in der App und die brauchen Übersicht. Und die können sich über die Filterfunktion genau anzeigen lassen, hey, zeig mir zum Beispiel nur die Touren, die über 200 Kilometer sind oder zeig mir nur die Touren, die in einer bestimmten Region liegen. Ich schätze mal, das sind die drei Punkte rechts oben. Genau. Da kann ich jetzt nicht draufdrücken, weil mein Screen-Recording-Programm mitläuft und das ist genau beim Stop-Button. Also rechts oben die drei Punkte, die Filter. Genau, da kann man auch Touren importieren. Das bedeutet, wenn ich eine GPX-Datei habe von irgendjemandem, der noch nicht Kalimoto nutzt, dann sollte man ihm vielleicht darauf hinweisen, dann kann ich auch eine Tour über diesen Button importieren und in meinen Touren ablegen. Das ist auch möglich, genau. Und wenn du auf zurückgehst, dann hast du, wie du selber schon sagst, da drunter eine Übersicht von Touren in meiner Nähe, die andere Kalimoto-Nutzer hochgeladen haben. Und das Schöne ist, auch wieder hier mit Bildern, damit du weißt, was erwartet dich. Du siehst einmal einen Streckenverlauf auf der Karte und dann hast du aber auch die Bilder, die die Nutzer gemacht haben, damit du auch so einen groben Einblick bekommst, was ist denn eigentlich das für eine Tour. Da haben wir es schon. Also, kalte Kuchel, ja gut, das kann nicht lange dauern, bis wir die kalte Kucheltour sehen. Genau. Also das ist sozusagen auch so gefiltert, dass die Touren, die, also das ist auch der Plan für die Zukunft, dass die Touren, die beliebter sind, natürlich eher angezeigt werden, als Touren, die weniger beliebt sind, damit sich automatisch auch die Qualität durchsetzt. Das ist der Plan für die Zukunft, so wie du schon sagst, so ein Community-Feed aufzubauen und die beliebten Touren sind dann automatisch weiter oben zu finden, sodass ich auch, der jetzt zum Beispiel sich in Österreich gar nicht auskennt, wenn ich jetzt hier eine Motorradtour fahren wollen würde, könnte ich mich sofort inspirieren lassen und wahrscheinlich eine schöne Tour hier in der Nähe in wenigen Minuten finden und fahren. Sehr interessant. Wird dieser Community-Aspekt, der wird jetzt langsam ausgebaut und der soll auch noch mehr werden. Also was können wir denn jetzt, wenn man sagt, ich lege mir jetzt Kalimoto zu, ist eine coole Sache, was kann ich mir warten, was kommt denn noch in Zukunft dazu? Genau. Also was wir auf jeden Fall weiter ausbauen wollen, ist gerade dieses gemeinsame Fahren. Wir wissen alle, ein Motorradfahren in der Gruppe macht auch Spaß. Du willst mit vielleicht zwei, drei Leuten zusammenfahren und das Problem, was man früher oft hatte, ist, welche Tour fährt man, wie geht man klar, wo ist der Treffpunkt, wann trifft man sich und wir wollen genau das auch noch mit Kalimoto erleichtern. Das heißt, wir arbeiten daran, dass man gemeinsam an einer Tour arbeiten kann, dass auch jeder die gleiche Tour hat und dann zum Beispiel bei jedem die Navigation individuell zum Startpunkt der gemeinsamen Tour führt. Dass man in der Zukunft auch die Standorte der jeweils anderen, mit denen man zusammenfährt, in der Karte sehen kann, um zu entscheiden, lohnt es sich jetzt kurz nochmal den Helm abzunehmen oder ist mein Kollege demnächst da und wir fahren gleich weiter. Sodass auch dieses Problem, was man früher hat, so schreibe ich bei WhatsApp, bist du unterwegs, aber jetzt sitzt er auf dem Motorrad, er kann nicht antworten, dass das gelöst ist, dass man das, wenn man das möchte, direkt innerhalb der Gruppe alles in der App machen kann. Zusätzlich arbeiten wir daran, dass wir für Carplay die App freigeben bekommen. Das heißt, dass man, wenn man ein modernes Motorrad hat, die eine Carplay-Unterstützung bieten, dass man Kalimoto auch einfach in das Display des Motorrads vorne spiegeln kann, um nicht mehr das Smartphone direkt am Lenker befestigen zu müssen. Also das sind unsere Pläne, die wir jetzt konkret aktuell schon angehen. Und dann haben wir natürlich auch für die Zukunft ganz große Visionen, wie dass wir auch mehr Offroad unterstützen wollen, dass es unbefestigte Straßen geben wird, wo man mit Kalimoto auch fahren kann, das haben wir aktuell noch nicht drin, dass wir auch in der Hinsicht weiter ausbauen und neue Funktionen bieten. Klingt sehr cool, klingt sehr ambitioniert vor allem. Also da würde es ja dann ja wahrscheinlich gleich mehrere Geräte, die es schon seit Ewigkeiten am Markt gibt, einfach mal quasi ausspielen, weil dann braucht man kein Navi mehr und kein WhatsApp mehr und Co. Also klingt sehr interessant. Jetzt vielleicht noch wichtig für Leute, die es noch nicht Kalimoto haben. Kalimoto ist prinzipiell gratis. Genau. Einfach runterladen im App Store, Apple Store oder im Google Store und passt. Aber es gibt dann schon auch noch einige Features für etwas Geld, werden die dann, dieses Premium Features werden dann freigeschalten. Was ist denn da beinhaltet? Genau. Also Kalimoto ist wie gesagt umsonst, aber um ehrlich zu sein, können wir natürlich mit einer App, die komplett gratis ist, das Ganze nicht langfristig weiterentwickeln und betreiben. Wir haben aber gesagt, es soll möglich sein, dass sich jeder selbst überzeugen kann von den Vorteilen von Kalimoto und einfach ohne zeitliche Beschränkungen Kalimoto ausprobieren kann. Deswegen kriegt er eine Karte in seiner Region umsonst. Zum Beispiel in Deutschland ist es in der Regel ein Bundesland, das ist ja auch groß genug. Oder hier in Österreich haben wir das in Regionen aufgeteilt. Und man kann dort Kalimoto nutzen und sich einfach selbst ein Bild davon machen, gefällt mir das, wie die App die Routen berechnet und will ich das für die Zukunft nutzen. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder über ein Jahresabo oder ein Wochenabo Kalimoto Premium abzuschließen. Da sind wir aktuell bei 49,99, also 50 Euro im Jahr oder sieben Euro in der Woche, um dann Zugriff auf alle Karten zu haben, also weltweites Kartenmaterial. Ich habe ein viertes Routingprofil, also besonders kurvige Strecken, wenn da bevorzugt. Ich habe Zugriff auf eine umfangreichere Auswertung meiner Touren. Das heißt, ich kann die Schräglage sehen, die Beschleunigungswerte, wo ich sie auf der Strecke erreicht habe. Und dann auch noch weitere POI. Zum Beispiel habe ich dann die Möglichkeit, bei Sehenswürdigkeiten mir zusätzliche Informationen anzeigen zu lassen. Ich habe die Möglichkeit, mir das Wetter in der Karte anzeigen zu lassen, auch mit einem Regenradar. Das sind alles Funktionen, die dann mit der Premium-Mitgliedschaft verknüpft sind. Schon nicht gut aus. Nein, heute leider nicht, heute leider nicht. Aber das sind alles Funktionen, die dann das Ganze abrunden. Und ich glaube, für die beste Kalimoto-Erfahrung braucht man Premium. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber ich glaube, das Gesamtpaket insgesamt mit der Planung, der Navigation, dem Teilen der Tour danach, ist das ein faires Angebot. Und wenn man das vergleicht mit klassischen Navigationsgeräten, die viele 100 Euro kosten, 400, 500 Euro zum Teil, das ist schon, die Geräte halten ja ein paar Jahre nur. Und wenn man es umrechnet, 500 Euro sind zehn Jahre Kalimoto-Premium. Ich glaube, so lange halten die Geräte in der Regel nicht. Also insgesamt, glaube ich, ist das ein Gesamtpaket, ist das schon fair. Und noch zwei Konkurrenten, die ihr ausspielen, sind mir eingefallen. Wikipedia braucht man immer, wenn man die Sehenswürdigkeiten in den Fosel kriegt. Und Regenradar fällt auch weg. Also ziemlich viel in einem Paket. Genau. Also man hat auch dann Satellitenkarten zum Beispiel. Das bedeutet, ich kann mir Satellitenkarten anzeigen lassen, um noch einen besseren Eindruck zu bekommen, welche Landschaft erwartet mich vielleicht anhand der Strecke. Das ist auch ein Premium-Feature. Also da haben wir schon einen großen Mehrwert, der einfach da mit drin ist. Aber den müssen wir auch finanzieren. Und aus dem Grund, da sind ja auch laufende Kosten. Wir zahlen zum Beispiel an die Dienstleister für die Karten, für die Wetterdaten. Das sind laufende Kosten, die pro Nutzer abgerechnet werden. Das können wir auch nicht über einen Einmalkauf anbieten, sondern das muss halt kontinuierlich dann auch davon beglichen werden. Ich glaube, bei so einem umfangreichen Paket werden viele Leute da draußen Verständnis dafür haben. Aber was vor allem eben interessant ist, wer von euch nutzt schon? Das haben wir schon gefragt. Wer von euch überlegt, es sich zu holen? Schreibt uns alle eure Fragen, Anmerkungen, Beschwerden, was weiß ich, in die Kommentare. Und ja, Hans, ich glaube, danke, dass du uns das so umfangreich erklärt hast. Danke auch an euch fürs Zuschauen. Abonniert zu unserem Kanal für täglich Leih- und Motorrad-Content und vor allem, bleibt gespannt, schaut immer wieder auch bei den zukünftigen Videos in die Videobeschreibung, weil wir haben uns das jetzt eben angewöhnt, weil es doch wirklich so einfach ist. Und ich muss keine, nicht mehr irgendwelche Navigationsgeräte an den Computer anstecken, dann die GPX-Dateien exportieren, dann hochladen, damit ihr es runterladen könnt, dann pfuschen irgendwelche Virenschutzprogramme rein. Furchtbar kompliziert. Jetzt Link teilen, bam, in die Videobeschreibung. Wir machen das jetzt immer öfter, dass man die von uns gefahrenen Routen bei Tests, Präsentationen etc. unter den Videos verlinken. Also wenn euch das dann interessiert, zum Beispiel Video von gestern, Multistrada V2S-Test, habe ich gleich einmal im Raum Barcelona unsere schöne Tour an der Costa Brava verlinkt. Falls es mich interessiert, schaut es dort auch rein. Hans, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke, dass ich hier sein durfte und wie gesagt, postet definitiv auch Beschwerden und Kritik, weil das ist das, was uns besser macht und wir hören uns das alles an, wir lesen das alles, weil am Ende leben wir davon, dass ihr die App mögt und dass ihr uns sagt, was ihr braucht, weil danach entwickeln wir. Also ganz, ganz wichtig, haltet euch nicht zurück, über Lob und über Kritik freuen wir uns gleichermaßen. Unsere Zuschauer halten sich in den Punkten sowieso nie zurück. Also das glaube ich, passt gut. Danke Hans, danke an euch, pfiert euch, bis zum nächsten Mal und pfiert euch, und pfiert euch, bis zum nächsten Mal und pfiert euch, bis zum nächsten Mal